Ich bin Patrick Siebeis, komme von Bern und fahre vor allem sehr viel Velo. Ich mache tausend andere Sachen, die ich in diesem Moment schon vergessen habe, weil immer wieder etwas Neues kommt. Ich glaube, man macht den Minimalismus aus. Zuerst, was ich mache, wenn ich bei irgendjemandem zu Besuch habe, schaue ich die Wohnung an und die Platten sammle. Die Einrichtung und die Musiksammlung. Das habe ich aufgenommen. Wohnen und Heimat sind so nahe beieinander. Die Wohnung und die Tour geben einen Geist zusammen. Du und die Wohnung ergeben das ganze Ende. Darum ist der Geist auch wieder individuell. Wird man bewusst ein Geist verlieren? Oder ist es reine Funktion und Alltag und Bequemlichkeit? Das ist ein Geist. Links bergen und rechts mehr. Ohne Schnee. Ja, meine Wohnung denkt sicher, hey, lassen wir das Zeug lassen. Du wächst immer alles aus. Wo ist deine Konstanz? Und ich denke sicher auch, ich sei dementsprechend wie ein Swingern, was die Möglichkeit ist. Das heißt, vor vier Monaten war bei mir zuhause der Apokalus. Das ist nach einem Klischee, aber weniger ist mehr. Ich beschreibe glaube ich meine Person. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.